Und ich bin auch wirklich super lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Dann machen wir es richtig. Also richtig mit Gelände und so. Da machen wir uns jetzt los, oder? Ja. Traust du dich? Klar traue ich mich. Mal los. Also ideal für Anfänger, wie man auch bei Lena sieht. Ach, Fresse da hinten. Alter! Oh Gott, oh ne, ich kann nicht mehr. Oh nein, das geht doch jetzt nicht die ganze Zeit so, oder? Ja, das geht jetzt die ganze Zeit. Oh nein, 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 nein. Ich möchte ganz langsam von der Daukan. Oh, ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich weiß nicht, wo es leichter war. Also das war ziemlich cool. Aber dieser Floatrail. Oh, ich bin raus. Oh. Oh. Ahaha!